So, moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde FIFA 15 Spielerkarriere. Äh, ja, wir haben halt jetzt von diesen Zielen nur eins erfüllt und das ist eine Spielerbewertung von 7,2, also ganz knapp nur. Und ansonsten, Passquote nicht erfüllt und im Turn haben wir uns gar nicht beteiligt. Das lässt nicht Gutes hoffen. Aber jetzt geht's erstmal gegen Dresden. Das ist schlecht, aber wir kriegen halt, äh, neue Aufgabe zugeteilt. Heißt, ähm, welche Ziele wir diesmal zu erfüllen haben. Und, äh, ja, das Problem daran ist, das werden wir gleich sehen, das weiß ich schon, weil ich natürlich gerade wieder auf Einzelspielerlenkung und das ist einfach nur totaler Rotz, ähm, gedrückt habe. Aber hier kann man jetzt sehen, Spielerbewertung von 9,0, das ist fast schon unmöglich, weil ich das gar nicht bisher hatte. Beurteilung an Toren 3, das könnte man machen und erreiche eine Quote von 90%. Ja, schauen wir mal. So, ganzes Spiel, äh, ganzes Team und dann gehen wir rein. Ich werde noch was erholen sollen, denn meine Stimme lässt so langsam nichts mehr von sich hören. Ach, die scheiß Pillen aus Leverkusen führen 2-1 gegen Augsburg, gefällt mir nicht. So, wir sind in Dresden, das Coole ist, dass dieses Dresdner Stadion tatsächlich mit eingefügt worden ist, dieses, wie heißt das, Erdgas-, Erdöl-Stadion, weiß ich auch nicht. Ähm, wurde anscheinend erstellt und mit eingefügt, eigentlich wohl gerade eine coole Sache. Das heißt, jetzt geht's los gegen Dresden, Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo, Dynamo, Dynamo. Die erste Flanke von den Dresden, dann kommt, aber doch noch recht ungefährlich. Da passt auf, Feldhahn. Dann Bolo. Beigeholt. Boah, und dann so ein Ding. Tja, und das ist halt das Problem. Ähm, man kann nichts sehen. In der Wiederholung zum Beispiel. So, aber Eckball. Auf jeden Fall eine Möglichkeit, am Torhaut sich zu beteiligen. So, 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 und jetzt steht's 1-0. Und dann kommt wieder das dabei raus. Das muss ich halt jetzt leider überspringen. Okay, so kann man nochmal sehen. Erst der Schuss von Piso und dann im Nachhinein. Das Ding ist das Ding dann drin. Von. Welt an. So, und da jubeln wir, können wir aber leider nicht sehen. Nein, von Kanzi Ora, so. Und da steht's nach 8 Minuten schon 1-0. Ach, wart nicht, ey. Die pfeifen echt jeden kleinen Bums, ey. Ist unglaublich. Hier nochmal das Tor. Weil er lässt mal schnell nach draußen gespielt. Semolo kriegt den aber noch. Ich hätte mich vielleicht nicht so groß machen sollen. Obwohl, Monat ist ja auch genauso groß. Also, wenn man daran denkt, Passquote mindestens 90%. Ja, eigentlich nicht möglich. Grätscht doch mal rein, Mensch. Echt. Dann drückst du die ganze Zeit und macht da nichts. So, schnell der Einwurf. Abgefangen und... Ich hoffe, das zählt nicht als Pass, ey. So schnell das Ding nach vorne bringen. Oh, schlechter Pass. Wir haben überhaupt keine Ballkontrolle. Das nervt mich aber. So, wir haben wahrscheinlich weitergespielt. Flanke kommt, aber ungefährlich. So, vielleicht muss er hinterher, aber auch ganz hier auch. Er kommt zurück. Und dann ist der schon da. Und aufgepasst. Und aufgepasst. Momentan führt der VfL aber mit. 1-0-Tor. 1-0-Tor. Und dann abgeschlossen. Und dann ist der VfL aber vorbeigeschoben. Und dann steht es hier ganz schnell 2-0. Das läuft doch wohl. Das läuft doch wohl. Jetzt mal wieder ruhig spielen, den Ball. Aber nicht zu ruhig, denn dann verliert man den Ball auch recht schnell. Wie in diesem Fall. So, Dynamo jetzt im Angriff. Grätsche kommt. Einwurf Dynamo. Oh, toll. Schalke hat in der Nachtszeit Ausgleich kassiert. Das ist wieder mal super. Unglaubliche Sache, ey. Naja. So. Wir kriegen Freistoß wegen Abseits, schätze ich mal. Das war ein schneller Heber. Und dann ist Alvarez da. Und er macht das 3-0. Da können wir natürlich wieder leider nicht sehen, wie wir jubeln. Aber guter Heber von Sembolo. Und jetzt guck mal, wie man so ein Ding abschließen soll. Das zeigt dann Alvarez. Es kann ja so einfach sein. 3-0 und das nach 40 Minuten. Das ist auch schon ein recht gutes Ergebnis. Gut den Ball geholt. Alvarez. Hat Platz, aber diesmal gut gehalten. Boah, Junge. Haben die gerade nur so dicke Chancen gerade, ey. Ich konzentriere mich eigentlich gerade weniger aufs Spiel hier als... Ich konzentriere mich eigentlich mehr auf das Spiel von Schalke gerade. Wo die Helden da natürlich gerade einen Ausgleich kassiert haben. Ja, toll. Haben 1-1 gespielt, oder? Wie man in diesem Fall sagen kann, wenn man in Nachspielzeiten Tor kassiert und damit den Ausgleich kassiert. 1-1 verloren. Und aufgepasst, Dynamo kommt. Steht aber natürlich schon 3-0. Aber ungefährlich. Jetzt ist erstmal Halbzeit hier Dynamo League 3-0 zurück. Ne. Geil. Der, ähm... Der Augsburger Torwart hat erstmal eine 2-2 gemacht. Wie geil ist das denn? Nice. Und das gegen die Pillen, ey. Das freut mich ja. So, gehen wir in die zweite Halbzeit. So. Reingeht's. Deal Pass. Gute Ball geholt. Schön gemacht. Und jetzt geht wieder nach vorne. Die Ballkontrolle ist bei dem Charakter echt für'n Arsch. Legt sich den Ball so weit vor. Da muss einer drauf. War gut den Ball geholt. Direkt weiter. Canciora. Canciora. Dann Sembolo wird gefaut. Wird gefaut. Es gibt Freistoß. Na ja, können wir halt nicht sehen. Das ist auch... Fuck. Fuck off. Komm. Ja. Mal weiter hier. Oh, was hat's gegeben? Ich seh' nichts. Kreuzer hat rot gesehen. Geil. Ja. Super. Sehen wir viel. Gucken wir nochmal an für diese Aktion. Ja klar. Nimmt ihn dann in die Schere. Geht von hinten in die Beine. Manche Schiris geben da wohl mal rot. Gut. Kann man trotzdem drüber diskutieren. Auch wenn ich Dynamo Dresden nicht grade cool finde. Und Wechsel bei Osnar. Sembolo geht. Ilyuchenko kommt. So und jetzt ein Freischuss. Das wäre natürlich der Oberknaller. Ja. Schade. Normalerweise dachte ich mit so viel Druck sollte der Ball vernünftig kommen. Geht aber voll in die Hose. Nächster Wechsel bei Dresden. Oder erster Wechsel. Weiß ich gar nicht. So aber jetzt natürlich mit Dresden mit einmal Unterzahl. Sehen natürlich hier die Chance noch irgendwie punktemäßig was zu machen. Groß. Und es gibt Eckball. Hös! Hey. War ja wohl Eckball. So Kanziora geht. Stefan T kommt. So Kanzuh Säger. Hey. Schade. Abschand. So und raus. Also aus. Und jetzt nicht so gut. Nehmend. da muss man auch irgendwie den ball wiederholen normalerweise dürfte nichts mehr anbrennen 20 minuten noch zu spielen groß kann vielleicht mal rausnehmen der ist konditionell nicht mehr so fit so dann gibt es freistoß für uns so nächster wechsel bei dresden stefaniak kommt ja ok weiter geht es wieder mal nach vorne für den vfl der pass war nicht optimal schnell nach vorne gespielt aber ich glaube wir haben nicht mehr so viel tempo tempo da noch nicht hin da da kriegen wir auf jeden fall schon mal wieder plus eins das ist echt deprimiert wenn man nur graues sieht mal stark durchgesetzt und dann die latte im weg für menger und wie gesagt glück ist er nicht das vierte kassiert stefan t über links spiel direkt durch direkt durch man alter unfassbar und Fassbar. Oh, Achtung. Das Gähn hier. Das wäre unnötig. Gibt es nochmal die Möglichkeit. Für Dresden. Dijk Sierra aber. Ball geht klar dran vorbei. Ja. Ja. Woo. Dann machen wir den Zweiten. Grau und Grau. Weil dann steht es 4-0. Und das ist schon eine Hausnummer. Und wir haben schon unsere zwei, unser zweites Tor, das ist sehr stark. Boah, das wäre noch ein Scham, das wäre noch ein Scham. Also, 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 hallo, hallo. Hallo. aber gut, das war es dann für das Spiel gegen Dresden, mal gucken so kommt, Zweikampf gewonnen, verloren, 1-5, Ballbehauptungen 5-6 und Spielbewertungen 9,6, das ist sehr gut, weil wir haben jetzt noch insgesamt drei Spiele vor uns, mit der ersten Spielbewertung von 9,6 ist das schon mal sehr, sehr schön. Tore 2, aufs Tor 2 vorbei, 1, Torvorlagen leider 0, das ist eine zählte, nicht als Torvorlage, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein weiteres Tor schießen oder vorlegen, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal 1 erfüllt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut herein, ciao, ciao.